Der britische Arbeitsmarkt hat seine Erholung zu Jahresbeginn fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ging zurück, die Beschäftigung legte weiter zu. Die Arbeitslosenquote fiel von Dezember auf Jänner um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie der Statistikamt ONS mitteilte. Die Zahl der offenen Stellen stieg mit 1,3 Millionen sogar auf einen neuen Rekordwert. Die Gründe für die hohe Zahl an nicht besetzten Arbeitsplätzen sind Nachwirkungen der Corona-Pandemie und Verschiebungen in der Stellnachfrage auf Seiten der Arbeitnehmer. Auch das Lohnwachstum beschleunigte sich von bereits hohem Niveau aus. Abzüglich der hohen Inflation gingen die regulären Löhne jedoch zurück. Von den hohen Lohnsteigerungen bleibt den Arbeitnehmern unter dem Strich derzeit also nichts übrig.